Namaste und herzlich willkommen zu Tag 4 unserer gemeinsamen Zeit. Namaste. Unser heutiges Beisammensein ist der Liebe gewidmet. Liebe ist natürlich ein sehr kraftvoller Begriff. Für so viele von uns hat es unterschiedliche Bedeutung. So, lass uns einen Moment über Liebe nachdenken. Was sie für dich bedeutet, wie du sie empfindest, wie du auf sie reagierst und am wichtigsten, wie du Liebe gibst. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, auf die eine oder andere Weise nach Liebe zu suchen und nach Liebe zu streben. Und während wir dieses Mantra chanten, wird es immer offensichtlicher, dass es die Liebe zu uns selbst ist, die wir teilen. Und bei all diesen Mantras und ganz besonders bei dieser Meditation geht es wirklich darum, Freundschaft mit uns selbst zu schließen, Frieden mit uns selbst zu finden, damit wir die Liebe, die wir für uns selbst haben, mit anderen, mit der Welt, mit dem Planeten und mit allen Lebewesen teilen können. Aham Prima Aham bedeutet Ich Bin und Prima bedeutet Liebe. Es sind nur zwei Worte. Aham Prima Wir chanten sie mit der Aufnahme auf der CD Password und zwar 108 Mal. Lass uns dies wieder mit einer klaren Absicht, mit all unserer Gegenwärtigkeit und in einer bequemen Haltung, mit aufrechtem Rücken und völlig entspannt tun. Und wir chanten dieses Mantra in der Absicht, die Liebe, die wir im Inneren für uns selbst und für andere empfinden, zu verstärken. Um, 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 um Amprima, Amprima, Amprima 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 Amprima, 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 Amprima Wir gehen mit unserer Aufmerksamkeit zu unserer Körperhaltung und spüren, wie sich innere Frieden in uns ausbreitet. Wir sind uns unserer Atmen bewusst. Du wirst vielleicht merken, dass kein Gedankengeschwätz vorhanden ist, wenn du fokussiert bist und auf die Geräusche im Raum achtest. Nur einfach entspannter innerer Frieden, weil der Verstand seine Wirklichkeit verliert. Lass uns jetzt einfach mit unserer Aufmerksamkeit zu unserem Atem gehen. Und dann lenken wir unser Bewusstsein zum Herzzentrum, in das Zentrum deiner Brust. Zum spirituellen Herzen, wo dieses Mantra so stark schwingt. Ich bin Liebe. Verweile dort eine Weile, um diesen Raum zu genießen. Um zu sehen, ob du dort vielleicht ein Lächeln finden kannst. Ein inneres Lächeln, das vielleicht sogar bis in die physische Welt dringt. Ein Lächeln voller Dankbarkeit für den Segen, dieses Leben voller Liebe für dich selbst und für die Welt um dich herum. Und als Zeichen der Liebe, die du für dich selbst verspürst, umarme dich selbst. Ja, nimm dich einfach mal selbst in den Arm. In Anerkennung des Wunders, das es dich gibt. Des Wunders, wie sich alles zusammengefügt hat, um dieses wunderbare, schöne, perfekte Wesen hervorzubringen, das du bist. Denn es ist ein Wunder, wie wir hierher gekommen sind und das es jeden von uns gibt. Und die Dankbarkeit, die wir hierfür empfinden. Das ist die Liebe, die wir teilen. Wir wünschen dir allen Segen. Einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. All blessings to you. Namaste. 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 Vielen Dank.